Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM23. Wir sind mitten im tiefen, tiefen Dezember, gleich ist Weihnachten und wir haben noch ein bisschen was vor. Wir wollen, bevor wir jetzt so den Fokus auf die Rückrunde an sich legen, schon mal viel Fokus auf die Vorbereitung auf die neue Saison starten. Ob das nun in der dritten Liga, bitte, sein wird oder halt in der Regionalliga, das werden wir dann sehen. Dafür müssen wir dann in der Rückrunde jetzt ordentlich arbeiten, ohne neue Spieler, aber vielleicht mit weniger Spielern, denn ich möchte heute versuchen, ein paar Spieler zu verkaufen. Wir werden die Folge in einige Cuts halt unterteilen, damit ihr jetzt halt nicht so einen Unsinn seht, wie Rot-Weiß-Essen-Testspiel oder halt fünfmal weiterklicken, ohne dass was passiert, sowas zum Beispiel. Ich habe mir vorgenommen, am Anfang mit euch ein paar Verträge wieder zu verlängern, was wir schon in der letzten Folge gemacht haben. Bevor wir damit loslegen, haben wir einen heutigen Sponsor. Ich weiß, ich weiß, ich glaube, ihr wollt es nicht hören, aber Weihnachten steht an und ich glaube, auf Iniba.com habt ihr die besten Gelegenheiten, dazu euch selbst was Gutes zu tun, wenn ihr Bock habt. Iniba.com, riesiger Marktplatz aus allen Gaming-relevanten Titeln. Könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt? Iniba hat einen guten Preis für euch und das bei einem Super Trust Pilot Score und Super 24-7 Live-Support. Gibt natürlich auch Software, falls ihr da auf Bock habt oder einfach vielleicht Guthabenkarten, wenn ihr dann denkt, ja, mein Brudi oder meine Schwester, die haben sich mal was verdient, die schenke ich denen mal zu Weihnachten oder so. Also, Iniba hat vielleicht auch für euch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk für, ja, Weihnachten, was dann in knapp einem Monat ist und ich glaube, da kann man sich dann ruhig mal austoben und wenn ihr Bock habt, dann gönnt euch vielleicht den ein oder anderen Deal auf Iniba.com. Also, wir hatten ja in der letzten Folge schon mit ein paar Spielern Verträge verlängert. Das würde ich gerne jetzt weitermachen. Ich habe mir den Kader nochmal genauer angeschaut. Alle Spieler, die wir haben, wie viele sind es eigentlich nochmal? 56, jo. Habe ich hier reingepackt. Alle, die jetzt gerade so eine Position haben, die sind für die Rückrunde eingeplant auf jeden Fall. Und den Rest, also die Spieler, die jetzt hier gerade nicht eine Position inne haben, die möchte ich versuchen zu verkaufen. Das wird nicht klappen. Da wird maximal wahrscheinlich viel vielleicht gehen, wenn es gut läuft. Ich werde die jetzt auch schon zum Verkauf anbieten, auch wenn das normalerweise meiner Meinung nach nicht die beste Variante ist, sondern meistens erst die beste Variante ist, wenn man die zum Verkauf anbietet, wenn das Transferfenster offen ist. Aber ich probiere es einfach mal und verlängern möchte ich. Ich habe mir überlegt, ich möchte mit Marcel Jonen verlängern. Ich glaube, der hat gute Werte und ich glaube, der könnte noch etwas besser werden. Klar, Abschlag 6 und so weiter ist scheiße, aber vielleicht geht da noch was. Und mindestens als zweiter Keeper ist das, glaube ich, ganz gut, weil selbst wenn wir jetzt einen guten Juventail haben, der dann im März kommt, die Spieler sind immer noch 15 bis 16, maximal 17 und das ist halt echt zu früh. Es ist, sei denn, es ist ein absolutes Weltklasse-Talent, dann natürlich schon, aber die Chance dafür ist halt relativ gering. Marcel Jonen, jo, das würde klar gehen. Vielleicht ein bisschen weniger? Oh, würde sogar klappen. Talent vor Durchbruch macht Sinn. Jo, verletzungsanfällig ist er übrigens. So, machen wir mal 300 Euro. Jo, machen wir ein bisschen weniger. Wir müssen ja hier echt noch geizig sein. Ich habe übrigens gerade vergessen, ab Juli zu machen, aber da denke ich dann hoffentlich gleich dran. Ich doof. Momentan verdient er 240 die Woche. Okay, das hier würde ich gerne rausnehmen. Genauso wie die jährliche Gehaltssteigerung und auch natürlich die Steigerung, wenn wir aufsteigen sollten. Für eine Million darf sie gehen. Ausschieksklauseln müssen wir am Anfang halt noch ordentlich ziehen oder nicht ziehen, sondern reinmachen. Wir müssen halt hoffen, dass die nicht gezogen werden und das nimmt er dann an. Gut, Jonen bleibt. Dann wollte ich verlängern mit Titus Jakob. Da habe ich nämlich gesehen, dass der eigentlich ganz gut ist. Ich weiß nicht, warum ich den nicht eingesetzt habe, denn eigentlich hat der solide Werte. 1,87 auch und ich glaube, aus dem könnte auch was werden. Ist auch auf der Aachen-Seite das größte Talent, was jetzt hier irgendwie nicht mehr angezeigt wird. Irgendwo habe ich das eben gesehen. Aber ja, mit ihm würde ich auch gerne verlängern. Der würde dann nächstes Jahr sogar mein Backup sofort werden, weil die Alternativen natürlich ein bisschen fehlen. Ich habe schon wieder vergessen, meine Fresse, wie doof kann man sein, dass ich erst ab Sommer das mache. Der hat noch bis... Ach, der hat noch bis 2024. Okay, dann muss ich mit dem gar nicht verlängern. Ich dachte, ich muss... Ne, sorry, dann nicht. Dann wollte ich nochmal mit Schwärmern versuchen zu verlängern. Wobei es schon fast wahrscheinlich zu früh ist. Jo, ärgerlich. Start-of-Djihad-Vertrag. Dann würde ich mit Kachala gerne verlängern. Auch als Backup-Spieler. Der würde auch wollen. Würde ein bisschen mehr Geld haben wollen. 525 verdient er momentan. Ich würde dann maximal auf 600 gehen. Mein Wunsch wäre das zumindest. Aber ob der erfüllt wird, das bezweifle ich. Oh, wird er sogar. Okay, hätte ich nicht gedacht. Dann wäre er nämlich auch unser Backup-Spieler. So, Felix Heim als Rechts-Außen-Backup würde, glaube ich, für meinen Geschmack Sinn machen. Damit wir den Kader halt jetzt schon in der Breite quasi haben. Weil dann hier und da noch so Spieler zu holen, die dann halt, sagen wir jetzt mal, ganz überspitzt Lückenfüller sind. Also die halt jetzt im Idealfall gar nicht so oft spielen. Das wird dann echt schwer werden. Weil dann ist meistens das Geld halt schon weg. Für die guten Spieler. Und so hätten wir halt schon hier und da ein paar. Und wenn es noch ein bisschen länger dauern sollte, wovon ich ausgehe im Sommer, weil wir wohl nicht so viele Vorverträge machen können. Dann haben wir wenigstens schon ein paar Spieler. Das würde auch klar gehen bei Felix Heim als Rechts-Außen-Backup. Und Ansoana, aber da ist es wohl auch noch ein bisschen zu früh. Nee, ist es nicht. Okay. Er wollte so viel Geld haben, ne? Mhm. Den würde ich dann auf links einplanen wollen. Gott, will der viel Geld haben. Brudi, chill. Drei Jahre will der sogar. Okay, hier müssen wir die Gehaltserhöhung bei Aufstieg drin lassen. Ansonsten hat der nie Bock, mit uns zu reden. Oh, das wird eine richtig schwere Verhandlung. Denn der hat absolut gar keinen Bock, eigentlich bei uns zu bleiben. So, bei Nicht-Aufstieg. Darfst du für 100.000 gehen? Was sagst du jetzt für einen Marktwert? 8 bis 45, ja, das macht schon Sinn. Wenn wir den Titel nächstes Jahr gewinnen, kriegst du 5.000 Euro von mir. Von mir persönlich. 400 Auflaufprämie und 200 Ersatzspieler-Prämie. Prämie, die Länderspiele, ja, da können wir aufs Maximum gehen, Fragezeichen. Ja, Kongo. Eher lieber nicht, ne? Ist zu risky, dass der vielleicht doch für einen Kongo Spiele macht. Machen wir 200.000 Euro. Torstützenkönig-Prämie machen wir 7.500 Euro. Vorlagen- und Torprämie machen wir aktuell immer 400 Euro. Ich würde mir sehr wünschen, dass er nicht sofort auf Orange geht. Gut. 1,5, ja. Ich werde jetzt mal jetzt schon so frech sein und das Handgeld und auch die Berater... Ne, erst mal das Handgeld locken. Und hoffe dann, dass das jetzt irgendwie gut geht. Dass man hier noch verhandeln kann. Oh. Das ist in Ordnung, erst mal. Wir gehen auf 8.000 auch nach 15 Toren. Ich gehe runter auf 1,6. Gehe auf 6, 2,5 beim Berater. Das Maximum. Und dann nimmt er das an. Ich habe schon wieder... Oh Mann, Markus. Du bist doch so doof. Ich habe schon wieder nicht ab Juli gemacht. Mann. Es ist zu spät für mich. Es ist halb eins. Aber gut. Ja, dann haben wir die Verträge verlängert. Jakob, sorry. Habe ich verkackt mit dir. Ich dachte, du hast keinen Vertrag. Wir haben Angebote bekommen. Das ist schön. Mal schauen, für was für Türkmann. An Tunce Türkmann. Und hier ist klar, hier werden wir einfach versuchen, die Spieler für das beste Geld abzugeben. 10 ist hier leider zu viel gewesen. Dann nehmen wir also das 3K-Angebot an von Bodo Spore. Sagen allen anderen Feinden, die hier mitgeboten haben, 30.000 und 30.000 Prozent haben die angeboten. Entweder ihr zieht mit oder dann eben nicht. Auch für seinen Bruder Serhat Türkmann, äh, ja doch, Türkmann, gibt es ein Angebot. Da ist sogar ein bisschen besser. Da sollen wir aber Gehalt übernehmen. Das wäre bei 12.000 Euro aber gar nicht so tragisch. 220 Euro für, äh, sagen wir mal, 26 Wochen sind 5.720 Euro. Wieso habe ich 220? Wir nehmen das Angebot an. Ist es anscheinend zu spät. Cholak kriegt auch Angebote, leider nur ablösefrei, aber das ist auch in Ordnung. Hauptsache, die Spieler sind weg. Auch Elm Raui gibt, Elm Raui gibt es auch Angebote. Auch hier 0 Euro, auch bei Petri 0 Euro und bei Wesemann 0 Euro. Aber wie sollen wir es übernehmen? Alles klar, Bodis. Alles klar. Also wenn ich Gehalt übernehme bei euch, dann müsst ihr halt schon wirklich ein bisschen Geld bieten. So, 1 Euro würde ich übernehmen. Aber das sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, neue Wahlen sind, oder Wahlen sind durch bei Aachen. Michael Brock hat eine zweite Amtszeit als Vorstandsvorsitzender jetzt angetreten. Konnte die Wahl souverän für sich entscheiden. Und ja, der hat jetzt Bock anscheinend auf uns. Ja, ist natürlich alles schön, dass der Vorstandsvorsitzende wiedergewählt wird. Ich freue mich super toll darüber. Wie wäre es denn mit mehr Transferbudget dafür? So als zur Feier des Tages. Oder vielleicht Nachwuchsrekrutierungsnetzwerk stärken. Wäre auch richtig nice. Ich glaube, wir sind jetzt erstmal durch mit dem, was wir machen. Wir gucken jetzt noch, was so kommt bei diesen Angeboten. Was? Weltmeisterschaft fordert Opfer. Das ist aber jetzt ein bisschen äh, ne? Also, hm. Okay, Tuchel war anscheinend nicht so gut bei der WM, die die Niederlande gewonnen haben. 2 zu 1 gegen Portugal. Memphis wurde bester Spieler anscheinend, weil er die meisten Tore gemacht hat. Wo ist Deutschland rausgeflogen? Sagt mir nicht in der Gruppenphase. Ne, Gruppenphase hat man sogar sehr souverän gewonnen. Alle Spiele gewonnen. Zweite Runde auch noch gewonnen gegen Marokko. Argentiniens gegen Frankreich raus. Im Achtelfinale, Viertelfinale ist Deutschland auch noch weiter. Also so enttäuschend würde ich die Leistung dann gar nicht sehen. Niederlande, England, Deutschland und Portugal waren dann das Halbfinale und da ist man dann ausgeschieden gegen Niederlande mit 3 zu 1. Also ist okay. Spiel um Platz 3 hat man verloren. Aber ganz ehrlich, Platz 3, äh, Platz 4 bei der WM würde ich nie als enttäuschende Leistung ansehen. Okay. Aber die WM interessiert er eh keinen dieses Jahr. Gut. Äh, wir warten noch, was so der Vorstand sagt zu den schönen Sachen, die ich da angefragt habe. Türkmen nicht benötigt bei einigen Vereinen, also da haben kaum Vereine nachgezogen. Transferbudget wurde nicht erhöht und auch das Netzwerk für die Nachwuchsrekrutierung wurde leider, leider nicht verstärkt. Ich werde die nochmal zum Verkauf anbieten. Wenn jetzt keine neuen Angebote reinkommen, dann biete ich die erst wieder zum Verkauf an, wenn das Transferfenster am 01.01. öffnet. Wir haben ein Angebot bekommen und zwar für Jesiljurt, Jesiljurt. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es ist ein Sch... Dieses S. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber gut, dann wenigstens ist noch einen weg. Die werde ich jetzt auch alle sofort verkaufen, also da muss ich jetzt nicht extra das Ding abwarten. Ich würde sagen, ich mache jetzt wieder einen Cut. Amraoui geht schon mal für 0 Euro zum FC Henef 0.05. Und alle anderen, die jetzt hier in der Pipeline sind, mit den beiden Türkmen, mit Cholak, Jesiljurt und Petri, die werden dann auch gleich gehen. Also da ist dann wieder ein bisschen Gehaltsbudget hoffentlich frei und dann melden wir uns gleich wieder. Ich mache jetzt gleich das Spiel gegen Rot-Weiß Essen. Wenn was in der Zwischenzeit passieren sollte, melde ich mich dann bei euch und sag euch, was so passiert ist, aber ich denke nicht, dass da viel passieren wird. Ich gucke hier noch ein bisschen rum, werde noch ein bisschen scouten. Ich bin gerade dabei, die ganzen Spieler zu scouten, die keinen Vertrag mehr haben. Da müssen wir uns dann auch gleich unbedingt drum kümmern, weil ansonsten sind die Besten halt weg. So sieht das momentan aus. Ich habe bisher alle raufgepackt. Das waren so 250 Spieler. Habe aussortiert nach, wer nicht passen kann und wer schlechte Zielstrebigkeit hat. Also Zielstrebigkeit müsste jetzt bei fast 90% gut sein. Das hier lösche ich dann noch, wo ich da vorher nicht so viel wusste. Und dann sind es wahrscheinlich gleich nur so 50 Spieler. Und die gucken wir uns dann alle einzeln an. Ne, machen wir nicht. Wir gehen dann Position für Position durch. Da wir eh fast jede Position bis auf ein DM wahrscheinlich brauchen. Wenn Schwermann denn verlängert, wird es wohl eher wirklich fast jeder Spieler sein. Also es wird... Uh, der Visevic. Uh, wollte ich mit der Visevic nicht auch verlängern? Stimmt. Der hat sich jetzt erst mal vier bis sechs Wochen verletzt. Bang, so vier bis fünf Wochen und gucke jetzt sechs bis acht Tage. Was war denn das für ein Training, Leute? Mit der Visevic wollte ich noch verlängern. Das habe ich gerade ganz vergessen. Der steht noch in meiner Liste. Ich habe mir aufgeschrieben, Jakob, Kachala, Haim, Schwermann, Anzouane und Dervisevic. Den ersten Namen habe ich mal wieder nicht gelesen. Genial. 800 möchte er haben. Momentan verdient er 350. Hat aber auch allen Gründen, ehrlich gesagt, jetzt so viel Geld zu fordern, nachdem er ja eigentlich aktuell mit der beste Spieler bei mir ist. Und eine der größeren Überraschungen. Das will ich ihm nicht wegnehmen. Bei Nichtaufstieg darf sie gehen für 500.000. Ne, gefällt mir noch nicht ganz. Die 1.000 Handgeld werde ich mal schon locken. Und dann müssen wir wohl auf 550 gehen. Oh, das ist glaube ich noch ein bisschen zu weit weg. Guck mal, Premiere, Je-Länder-Spiel machen wir 800 Euro. Nice. Okay, dann haben wir das auch. Die werden jetzt ihre Verträge unterschreiben. Ich werde die Spieler verkaufen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder und es gibt ein bisschen was Neues. Ihr seht es ja eigentlich schon. Der Skin hat sich jetzt verändert. Ich habe mich jetzt für diese Folge mal entschieden, dass ich, eigentlich wollte ich das schon am Anfang machen, aber ich hatte gestern Abend keine Zeit mehr. Jetzt sind es ein paar Stunden später. Ich hatte mich entschieden, ja, mach es jetzt langsam mal, guck es dir nochmal alle Skins an, ob es was Schönes gibt. Und weiterhin ist der Kujoro-Skin, den ich auch letztes Jahr hatte, für mich und meiner Meinung nach der schönste. Es ist momentan der 5.2er von Kujoro-Pepe. Ich bin dieses Jahr nicht so ganz zufrieden mit den Skins bisher, weil für mich ist der Skin immer so ein bisschen zu überladen, wenn er schon ein bisschen zu viel hat. Und das ist hier beim Kujoro-Skin mittlerweile schon ein kleines bisschen so. Es ist gerade noch so hart an der Grenze. Ich werde mal schauen, ob ich mich da ein bisschen reinfuchsen kann und vielleicht selbst mal was machen kann, damit ich halt so meine Wünsche irgendwie da ein bisschen besser ins Spiel reinkriege, weil ihr kennt mich ja, ne, ich bin immer Perfektionist. Ansonsten, ja, das machen wir diese Folge. Dann habe ich halt auch ein bisschen bessere Übersicht, wenn wir jetzt gleich scouten, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden. Dann habe ich gerade gemerkt, dass ich Bizzy Scheiße gemacht habe. Und zwar, ich hätte bei Titus Jakob gar nicht die Verhandlung abbrechen sollen, weil das war doof von mir, denn er hat nur einen Youth-Contract, sprich er kann gerade von jedem Verein angefragt werden, was ein bisschen doof wäre. Also da habe ich ein bisschen Fehler gemacht, ich hoffe mal, dass jetzt keiner kommt. Wir haben gerade schon zwei Angebote bekommen und zwar einmal für Pyo Sejin aus der zweiten koreanischen Liga zweimal für einen ablösefreien Transfer im Sommer. Wäre komplett in Ordnung, ich glaube Pyo Sejin hat bei uns nicht so wirklich viel Zukunft, weil die Werte sind einfach nicht gut. Er hat kurz gut gespielt, aber ich möchte den Kader so oder so gerne deutlich verbessern und das ist glaube ich mit Pyo Sejin eher nicht der Fall. Und wir haben Angebote bekommen für Ricardo Karesma, das von Arruca fand ich sehr interessant. Wir sollen denen einfach Geld geben, damit er bei denen spielt. Aber ihr seht, er kriegt Angebote aus der ersten Liga Portugals, also ist schon deutlich gut. Ich würde bei Karesma, das ist so ein bisschen das Ding jetzt, ich hoffe er ist mir nicht sauer, ich habe noch nicht ein paar weiter gemacht, überlegen ihn zu verkaufen, wenn seine Aufstiegsklausel gezogen wird. Ich würde sagen, er ist mir aktuell 200.000 wert, weil ich mit ihm glaube ich aufsteigen kann. Ja. Ansonsten die Verträge laufen jetzt aus. Ich würde gerne nochmal mit Schwermann verlängern, aber momentan will er noch nicht. Beim Rest habe ich mich dazu entschieden, dass wir das erstmal nicht machen. Vielleicht geht da noch was irgendwie, wenn wir Lücken füllen müssen, aber Tendenz eher nicht. Ich hatte noch ein Angebot bekommen für Luca Wesemann, auch 0 Euro vom TSV Schott Mainz. Angenommen, wird wahrscheinlich gleich fix gemacht. Die anderen versuchen wir gleich ab dem 1.1. zu verkaufen wieder. Noch haben wir 25 Spieler, die wir gerne verkaufen möchten. Jetzt wollen wir erstmal scouten. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Diese Spieler, die hier auf meiner Shortlist, die sind jetzt verfügbar zum Versuchen, zum Vertrag unterschreiben zu zwingen. Nicht alle wahrscheinlich, aber wir werden es versuchen. Das wird jetzt wie gesagt ein bisschen dauern. Ich werde hoffentlich, wenn ich es mir merke, die einzelnen Positionen, die wir jetzt verpflichten werden, versuchen zumindest, unten als Kapitel reinzuklatschen. Also, das wird jetzt ein bisschen dauern. Aber jede Position ist eigentlich wichtig, für mich, weil wir jede Position brauchen, bis auf den DM. Also, ich würde sagen, wir legen einfach los und gucken, ob überhaupt was möglich wäre. Ich habe leider nicht alle zu 100% gescoutet bekommen. Kenntnisse sind bei diesen Spielern hier leider nur sehr wenig wahrscheinlich. Sehr gering und geringfügig bei diesen 11. Sonst haben wir mindestens erweitert, was glaube ich das Beste ist, hoffe ich. Muss. Muss. Okay, wir fangen mit den Keepern an. Ich habe Ionen als Backup, also brauchen wir noch einen Stammkeeper. Jendrusch wissen wir leider noch nicht so viel, da müssen wir erst scouten. Marcel Hölscher ich bin so weit, dass ich sage, wenn ich die Spieler jetzt schon holen kann, dann möchte ich das Beste vom Besten haben und ich mag es nicht, wenn sie regelrecht Angst vor wichtigen Spielen haben. Das wirst du nämlich genug haben als sehr schlechter Verein. Deswegen inkonstant und Angst vor großen Spielen fliegt bei mir immer sofort raus. André Weiß ist konstant und mag große Spiele Tom Müller ebenso, gefällt mir sehr gut. Schade, dass wir bei Jendrusch noch nicht so viel wissen. Gucken wir mal den Vergleich an mit den Teutern. Okay, was ist mir wichtig? Hohe Bälle ist wichtig, 14 bei Müller, Jendrusch hat 15 bis 18. Das ist also so oder so definitiv der Beste in Sachen hohe Bälle. Auch bei der Strafraumkontrolle dürfte er der Beste sein. Kommunikation ist in Ordnung. Ja, halten, 8 bis 12 nur. Da ist Müller besser. 1 gegen 1, aber nur 11. Das ist nicht geil. Unser Keeper wird nämlich ganz schön oft in 1 gegen 1 Situation kommen. Wie sieht es denn mental bei den Jungs aus? Ich würde schon fast sagen, dass Müller wahrscheinlich der Beste ist, weil er ausgeglichener ist als Jendrusch und Weiß. Also jetzt hier, klar, Strafraumkontrolle hat jetzt hier zum Beispiel die schlechteste. Dafür hat er halten das Beste. Also Müller wäre schon ganz gut von Preußen, wenn es 1, 4 möchte haben. Was ist denn das hier? Ah, Abfang von Flanken und hohen Bällen in den Strafraum. Okay. Ja, hoffe ich, Leute. Hättest du Bock? Ach, sorry. Ich habe noch nicht so wirklich für mich entdeckt, ob das dieses Jahr etwas mehr hilft. Ich habe das Gefühl, dass es dieses Jahr etwas mehr hilft. Videogespräch, okay, das habe ich gar nicht gesehen. 1, 4 bis 2. Okay, ein bisschen weniger vielleicht. 1, 3 bis 1, 8. Wäre vielleicht in Ordnung. Stammtörhüter, klar. Das wäre in Ordnung, glaube ich, für einen Stammkeeper. Ich habe generell keine Ahnung, wie unsere Finanzen im Sommer aussehen werden. Von daher, ich ballere jetzt erstmal raus und wenn die Finanzen dann nach Scheiß aussehen, dann habe ich halt das Pech. Ich werde das dann schon irgendwie hinkriegen. Das finanzielle Ergebnis zu erzielen, ist normalerweise im FM nicht so die große Tragik. Es sei denn, der Verein hat extrem viele Schulden und das haben wir zum Glück nicht. Gehaltserung bei Aufstieg würde ich gerne rausnehmen. Ausstiegsklausel, würde ich eher hochpacken. Das würde ihm gar nicht schmecken. Das würde er richtig, richtig scheiße finden. Titel in der Regionalliga gibt für dich 5, das ist ein bisschen viel, wir haben kein Geld. Gibt 2,5 und bei Nichtaufstieg darfst du für 250.000 Euro gehen. Okay, also die Aufstiegsklausel findet er ganz scheiße, der Markus Rahn. Dann versuche ich mal auf 2,5 zu gehen beim Handgeld. 2,5 bei der Beratergebühr, ich gehe mal auf 1,3, weil das war ja das Mindeste, was der Spieler wollte, laut Berater. Gehe bei der Aufstiegsklausel auf einheimische Vereine in höherer Liga auf 400.000 und gehe wahrscheinlich gleich, weil er möchte immer verhandeln, auf 350.000 runter. So würde ich das machen. 2 Jahresvertrag, ist auch eine Ordnung. Uh, okay, die Aufstiegsklausel nimmt er an. Gehen wir auf 1,3 runter. Ich glaube, wir hatten eben 2,5 beim Handgeld und 2.500 beim Berater. Gehe ich auf 3.000 und dann gehe ich jetzt bei der Ausstiegsklausel runter, um das hier zu bewahren. Hm, hat nicht geklappt. Super. Machen wir 1,3. Wieder mal. Gehen wir auf 3.000 Handgeld und auf 3,5 Berater und das sollte er dann bitte annehmen. Ach, ja, aber wir müssen halt um jeden Cent verhandeln, ne? Das ist leider das Problem bei uns in den unteren Ligen. Mehr ist nicht. Gut. Mal schauen, ob Tom Müller dann unser neuer Torhüter wird. Bin gespannt. 25 Jahre alt, ist ja auch nicht so unwichtig, falls wir in der Regionalliga bleiben, aber die anderen beiden sind älter. So Rechtsverteidiger, da geht es wahrscheinlich ganz schön schnell, weil ich nicht weiß, ob die Flanken können oder wenn ich weiß, ob die Flanken können. 10 bei Vincent Schaub, der momentan ne Knöchelverstockung hat. Hier wissen wir leider noch nicht so viel, da müssen wir erst weitergehen. Auf die Linksverteidiger. 10 Flanken ist gerade noch so in Ordnung. Gerade so. Hm, Gusi. Ach, das ist, gegen den hatten wir gespielt bei Schalke. Ich glaube, das war der der Flitzeblitz. Gar nicht so uninteressant. Nick Galle. Interessante Positionsaufteilung. Ist konstant, sehr schön. 24 Jahre alt. 12, 13 Pace. Gusi wäre natürlich jünger und hat noch ordentlich Potenzial. Kann nicht wirklich Kopfballspiel mit 7-Kopfballtechnik. Und dann noch Phil Halbauer. Da wissen wir nicht so viel, außer dass er nicht die besten technischen Werte hat. Den würde ich wahrscheinlich sogar schon raushauen. Weil selbst als Linksaußen wird er dann nicht so geil sein. Also Galle oder Gusi. Gusi? Gusi? Gusi, 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 Guu? Wir haben mit Jakob dann schon einen jungen Spieler auf der Position. Also es wäre jetzt nicht so tragisch, einen 24-Jährigen zu holen. Wäre bei mir ein Flügelverteidiger? Oh, die nehmen sich nicht so viel. Nick Galle hat natürlich, er ist halt 5 Jahre älter, bessere mentale Werte. Oh, das ist schwierig. Gusi wird auch deutlich mehr verdienen wahrscheinlich. Er verdient jetzt 1,4. Nick Galle verdient 300. Das sagt unser Scout. 1,2 bis 1,6 möchte Gusi. Was möchte denn Nick Galle haben? Der möchte 500 bis 800. Ich glaube, das wäre okay, wenn wir dann Nick Galle holen. Ist auch noch konstant. Ich hoffe, ihr hört das draußen gerade nicht. Es wird gerade erstmal Laub geblasen. Ja, Laub geblasen? Laub geblasen? Ja, doch. Macht Sinn, dieser Satz. Aufstieg in die 3. Liga 24-25. Ja, ist mein Ziel. Schlüsselspieler finde ich nicht ganz so geil. Wie wäre es mit Rotationsspieler? Jupp. Oh, okay. Wir haben jetzt schon das Problem, dass wir kein Geld anbieten können. 6 Euro die Woche. Nice. Danke. Ja, toll. Oh, ähm. Jetzt habe ich ein Problem. Ich werde nämlich gleich das Geld bekommen und kann dann wieder verhandeln. Ah, ich kann... Ah, das ist jetzt scheiße. Und dann kann ich natürlich nicht mit Nick Galle verhandeln. Okay, jetzt müssen wir erstmal warten. So eine Kacke. So, Wesemann geht. Fuck. Das ist jetzt doof. Ich hätte gedacht, wir können deutlich mehr loslegen. Jetzt in dieser Vorbereitungsphase. Ich hoffe, dass wir gleich noch ein bisschen Geld freimachen können. Ich frage trotzdem mal beim Vorstand an, wenn es geht. Natürlich nicht. Meine Güte. Aber ja, es macht halt Sinn, weil unser Finanzergebnis ist momentan schrecklich. Aber es ist halt sehr, sehr ärgerlich. weil ich gerne, 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 gerne jetzt schon was gemacht hätte. Kachala-Angebot. Gerade verlängert bei uns. 25.000 Euro. Aber wir kriegen auch nur 16,7 erstmal. Ne, das ist ein zu schlechtes Angebot. Ne, der gerade erst verlängert. Quasi. Ach, Mann, ey. Ich wollte jetzt so viel machen mit euch. Aber warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir gehen mal bis zum ersten vor. Bieten dann wieder alle Spieler zum Verkauf an. Und die, bei denen wir jetzt keinen Verkauf bekommen, wobei, das können wir eigentlich jetzt schon machen, können wir dann Set for Release machen. Und wenn wir Set for Release machen, dann sollten wir das Budget schon bekommen. Okay, Transfer macht keinen Sinn. Warum kann ich nichts in der Hinsicht auswählen? Warte. Vertrag. Ist es freigeben? Ja, okay. Freigeben. Ja, dann müssen wir nämlich gleich mehr Budget bekommen. Weil ich bin mir ja jetzt hier schon so zu 90% sicher. Wahrscheinlich wie in dem 2024er-Brüdi hier. Dass ich die nicht behalten möchte. Und wenn, dann kann man wahrscheinlich immer noch mit denen reden. Also ich habe da nie wirklich großartige Probleme gesehen. Ja, 2024. Ja, das waren die 2024er-Brüdi. wie es weshalb es nicht ging. Dann müsste ich jetzt eigentlich wieder ein bisschen mehr Budget haben. Ja, der wird keine Vertragsgespräche bekommen. Wo sehen wir das? Bei Finanzen müsste es sein. Ja, momentan sind es 23.000 Euro, die wir verbindlich ausgeben nächstes Jahr. Ja, also es müsste jetzt gehen. Natürlich kann ich jetzt mit Negale jetzt erstmal nicht verhandeln, was doof ist. Aber machen wir einfach weiter, ne, mit den Innenverteidigern. Aber es müsste jetzt gehen. Ich werde es mal mit dem Keeper probieren, den wir nicht holen werden. Zur Sicherheit, falls ich jetzt einen Spieler doch holen möchte. Oh, hat sich der Tombela jetzt einfach verletzt? Er wird schon passen. Der ist ja nicht verletzungsanfällig. So, ich hoffe, wie können wir da Geld anbieten? Ja, toll, 130 Euro. Vorstand? Please? Was macht ihr mit mir? Ja, toll, 130 Euro. Genial. Gut, dass ich das jetzt erstmal mit dem Keeper getestet habe. Ah, das ist doof. Das ist doof, das ist ganz, ganz doof. Vielleicht haben wir aber jetzt neues Jahr, neues Glück oder so. Ansonsten kann ich das Ding eigentlich schon abbrechen. Mosiala wurde Golden Boy und 5th Pro World 11 sieht so aus. Süle, okay. Alles klar. Und Rhys James hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Deutschland hat jetzt Heiko Herrlich als Trainer. Yo! Alles klar. Tuchels vierter Platz war halt einfach zu schlecht. Nimmt man also Heiko Herrlich. Alter, crazy, crazy der FM. So, wir haben den ersten. Ne, ich kann weiterhin nur 130 anbieten. Ah, shit. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Leute wieder weg. Vielleicht hilft das so ein bisschen. Transferfenster ist offen, ne? Ja, klar, sonst wären die jetzt nicht weg. Dann werde ich die mal zum Verkauf anbieten. Die Turkmen gehen erst am 12. und am 12. Okay. Please, schöne Angebote. So, für Kukatz. Nehmen wir an. Alles, was halt ein bisschen bringt. Und selbst, wenn es so 65 Euro die Woche sind, Koltzjuck sind 475 Euro die Woche. Passt. Weg. Höchstverein auch weg. Mauser wieder mit dem Teamtraining drin und Tom Müller würde dann bestätigen, dass er kommt. Machen wir, ne? Ist ein guter Keeper. Ist halt jetzt gerade verletzt, was ein bisschen doof ist. Aber er ist nicht verletzungsanfällig und das war seine zweite Verletzung ever, wobei er dieses Jahr schon mal eine hatte. Aber wir machen das. Dann haben wir schon mal einen Keeper. Ich hätte jetzt gerne noch mehr gehabt. Ich hätte jetzt gerne schon irgendwie 15 Spieler gehabt. Aber kann ja nicht alles haben scheinbar. So, Tom Müller. Für Schlösser gibt es ablösefreie Transferangebote. Pio wird gehen zu Ansan. Ist in Ordnung. Komplett in Ordnung. So, könnte ich denn jetzt... Keeper brauchen wir nicht mehr. Haben wir. Könnte ich denn jetzt... Nehmen wir mal einen, der definitiv nicht... Der es definitiv nicht wird. Boah. Nehmen wir mal Tuncha. Der sah jetzt auf den ersten Blick mit den schlechtesten Werten nicht gut genug aus. Okay, jetzt kann ich wieder anbieten. Gut. Sehr schön. Ach, Mann, ey, Leute. Tragisch hier alles, ne? Wir nehmen mal die Verteidigung. Also Antizipation. Gehen mal die Bodys raus. War einfach zu schlecht. Ich brauch drei Innenverteidiger. Vielleicht soll ich ja nicht alle raushauen. Deckung nur elf bei Scherder. Und nur elf Tackling bei Schweres. Gut, ich darf jetzt nicht zu viel mir erhoffen von den ablösefreien Spielen in der Regionalliga, ne? Ja, wir haben hier noch zwei, die wir scouten müssen. Deswegen warte ich erst mal. Stürmer. Auch nicht so uninteressant, glaube ich, für uns. Der dann neben Ramay spielt. Neun Dribbling ist mir definitiv zu wenig. Abschluss elf ist auch echt wenig, aber man muss wohl damit klarkommen. Ohne Ball elf ist auch nicht wirklich viel. Haben die irgendwas Negatives? Es sieht okay aus. Schon wieder sehr viele Spieler auf einer Position, die wir noch scouten müssen. Ich werde mal einen Tag nach vorne gehen und gucken, wie lange die Scoutingberichte für die Spieler noch brauchen, weil die kleine Zeit sollten wir uns noch lassen. Ich denke mal, die werden dann eh... Uh, Anzahl der... Uh, Anzahl der Mitarbeiteraktivität. Null. Danke. Ja, ihr habt euch das ja schon gesagt. Das passiert ab und zu mal. Das wird dann irgendwann wieder hochgestuft. Ich weiß nicht, das muss ein Bug sein. Wegen dem Finanzergebnis ist das zwar logisch, aber es passiert egal, wann man irgendein Finanzergebnis hat. Leider. Ich würde gerne, 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 gerne nach mehr Geld fragen, aber geht nicht. Kann ich das nur einmal im Jahr machen? Also in der Saison, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Oh, wir haben mittlerweile auch gar kein Scoutingbudget mehr. Ei, ei, ei. Werden die dann wenigstens noch zu Ende gemacht hier? Ja. Ei, Leute. Ei. Okay, also wenn jetzt der Scoutingbericht nicht durch ist, dann geht auch nichts mehr. Wir können nichts mehr scouten. Wir sind sogar im Minus im Scoutingbudget. Geil. Aber es ging scheinbar. Okay, neun Dribbling ist mir ein bisschen zu wenig für einen Stürmer. Der kann nicht flanken. Das ist nicht so schlimm als Stürmer. Der ist konstant. Konstant. Und nicht konstant, aber ist ja egal. Also, er ist nicht. Er ist nicht konstant, aber er ist auch nicht nicht konstant. Mhm. Philosoph kommt schon wer raus. Wer von euch vieren wird mein Stürmer? Also, ich glaube, Hanavi nicht, weil zehn Dribbling und zehn Abschluss ist zu wenig. Die drei könnten schon gut genug sein. Zwölf und elf. 13 und 13 Pace ist hier ganz gut. Dafür ist Balance und Sprunghöhe ganz schön schlecht. Wer hat bisher am meisten Tore gemacht? Ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig. 14 und 0, okay. 14 Tore in 19 in der Regionalliga. Nicht schlecht für Niklas Castell. Der würde aber auch wieder arschwillig Geld wollen mit 1,5 die er momentan verdient. Doro verdient 850 Euro und Moya verdient 1,9 sogar. Also, finanziell gesehen wäre Doro das das Beste. Wobei auch der möchte 1,9 bis 2,4. Was möchte denn Niklas Castell? 2 bis 2,8 das kann ich mir nicht leisten. Aber ich frage mal. Trainingsanrichtung verbessern kann ich mir nicht leisten. Diesen Satz werde ich noch sehr, sehr oft sagen. Also, ich würde hier gleich ganz knallhart auf weniger gehen. Ich muss aber, glaube ich, 1,5 bieten. Weil, wer möchte schon in den jungen Jahren auf einmal weniger verdienen? Ich klatsche jetzt schon alle Klauseln rein, die ich auch noch habe. Okay, Titel in der Regionalliga gibt für dich dann 5.000 Euro. Auflaufprämie gibt nicht so viel weiter. Kann ich mir nicht leisten. Das habe ich schon wieder gesagt. Länderspielprämie geht mal hoch. Torschutz und Königprämie würde ich auch auf 10.000 machen. Ist viel, aber ist halt so. Vorlagenprämie 400, 400. Ist ein dicker Vertrag, ne, für die Regionalliga. Ich habe noch nicht so das perfekte Gefühl für die Finanzen hier in der Liga. Aber das wird schon noch. Ausschicksklausel können wir nur so wenig machen. Okay, ja, war klar, dass er gleich hatet, weil ich ihm weniger biete. Aber ist in Ordnung. Ich werde ihm 1,5 bieten mit wenig Handgeld dafür mit etwas besserer Auflaufprämie. Und du kriegst immer mal Geld, wenn du 30 Saisontore gemacht hast, nämlich dann 10.000. Würde er annehmen. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, es ist für unsere Verhältnisse ein sehr, sehr guter Vertrag. Aber hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Niklas Castell wäre, glaube ich, ein guter Stürmer, oder? Schalke hat keine Klausel zum Ziehen. Es sind ein paar Vereine interessiert. Braunschweig und Rostock wäre natürlich sofort die bessere Adresse, aber wir sind die schnellsten. Mal gucken. So, ich würde gerne noch einen ZM holen und dann würde ich wahrscheinlich erstmal kurz warten, wie es aussieht mit dem Geld. So, der muss passen können. 10 ist zu wenig. Sind das auch ZMs? Ja. 11 ist auch ein bisschen wenig, aber ich lasse immer noch drinnen. Und ich schaue erstmal auf die Übersicht. Da haben wir nämlich auch einige, die nicht gut sind. Nico Brandenburger mit nur 8. Notback mit nur 9. So, Lofolomo, ja, es ist zu wenig Übersicht einfach. Ganz, ganz simpel. Konzentration hierbei und Nervenstärke und Entscheidung bei Locke ist wirklich nicht gut. Würde ich dann auch erstmal rausnehmen. Wir brauchen ja gute Spieler. Ganz einfach. und bei Schwirten ehrlich gesagt auch. Also entweder Albutat oder Schlacks. Die beiden sehen eigentlich ganz gut aus. Verdienen auch schon wieder Arsch viel Geld. Schwirten wäre ein bisschen weniger. Albutat ist sehr ausgeglichen, was mir sehr gefällt. Wäre jetzt erstmal für den Box to Box und dafür hat er richtig gute Werte. Aber er ist halt auch schon 30. Also verbessern ist er nicht mehr. Schlacks wäre 22. Kann sehr viel spielen und ist perfekt in der Box zu Box anscheinend. Wie sieht er im Vergleich zu Start of Chi aus, den ich da weiterhin einplanen würde? Ja, mental deutlich besser. Ballernahme hatte nur 8. Oh, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Wie sieht er im Vergleich zu Bayerich aus? Besser, ja, mental ist er deutlich besser. Ballernahme ist halt bei Schlacks schlecht. Kriegen wir das vielleicht irgendwie entwickelt bei ihm mit 22? Eher nicht, ne? Schwirten hat Ballernahme mit 10. 8 ist schon nicht gut. Ja, ist halt auch trotzdem auch noch 4. Liga, ne? Und selbst 3. Liga wäre es ja auch noch wahrscheinlich okay. Wir können immer fragen bei Schlacks, weil die Werte sind ausgeglichen, mental ist gut und er ist wenigstens nicht 30. schlecht wäre, nur ich muss ja auch auf die Regel achten mit den U24 Spielern. Hat er keinen Berater? Okay. Ne. Aufstieg ja, aber bitte als Stammspieler. Rotationsspieler vielleicht? Ui. 2, 5, Boah. Ey, ich kriege ja graue Haare bei den Summen hier, ne? Teilzeit? What the fuck? Ich hoffe, das habe ich gerade nicht bei den anderen gemacht. Darauf habe ich bisher nicht geachtet, ehrlich gesagt, weil ich immer davon ausgegangen bin, da steht immer Vollzeit. Vollzeitvertrag? Oh. Kann ich nicht anklicken? Oh. Vollzeit, okay. Nick Castell hoffe ich auch. Warum denn Teilzeit? Was ist denn mit Dias? Kein Bock? Musst doch Schule machen nebenbei oder was? Hat jetzt aber auch einen Vollzeitvertrag? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Okay. Muss ich unbedingt darauf achten. Ich hoffe, dass ich bei Castell das nicht gemacht habe. Ich kann jetzt nicht in die Aufnahme schauen, während ich aufnehme. Aber gucke ich dann. Ansonsten, ganz ehrlich, mache ich das mit dem Ingame-Editor, weil das ist ja Unsinn. 1,6 muss er dann aber auch verdienen. Boah, Leute, da kriege ich ja schon wieder Weinungen. das wird nichts, das ist einfach zu viel Geld. Ich muss ja auch ein paar schlechte Spieler quasi haben, damit ich mir das finanziell leisten kann. Auflaufpräme, ey, Brudi, du verdienst mehr als meine Spieler in der ersten griechischen Liga dann. Ne, das wird definitiv nichts hier mit dem Schlags. Das ist zu viel. Teilzeit, was ist denn mit dir, Brudi? Ich weiß nicht, was Teilzeit im Prinzip bedeutet im FM. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Teilzeit exklusiv für semiprofessionelle Clubs ist und nicht etwa für normale Profi Clubs so von wer einer sind. Hoffe ich. Nicht, dass die das jetzt runterschrauben. Okay, Gehaltssteigerung definitiv nicht. Das daran wird es auch scheitern. hier. Also jetzt wird er denke ich sogar sofort ablehnen. Ja. Doof. Doof, doof, doof. Haben wir einen Linksaußen vielleicht. haben wir Kevin Grund, 1100 Euro verdient er, aber er ist auch inkonstant. Dann haben wir Kevin Hagemann, der verdient auch 1000 Euro. Ich würde jetzt eher so kurz schauen, ob wir ein paar Schnapper finden. Deswegen gehe ich mal ganz kurz hier raus und sage, mach mal Gehalt auf maximal 1000. So, machen wir 950 Euro. Eine Galle wäre natürlich drin, den ich gerne gehabt hätte. Aber leider zu dem Zeitpunkt ging nix. Pro Profeta, ah, ein Innenverteidiger, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, den jetzt erstmal zu holen. Mit seinen 800 Euro die Woche. Loma, ein Sechser brauche ich definitiv nicht. Passen 11, könnte er denn Box to Box, er könnte. Aber ich glaube, da könnte ich noch was Besseres finden für so eine wichtige Position bei den Ablösefreien Spielern. Holak wäre ein Zehner, wäre also für mich dann der Mitzala. Bin ich nicht so überzeugt von. Noch ein Sechser, der auch nicht mehr so brutal ist, der Lars Bläcker war Lars Bläcker, oder? Ja. Der Holdack lasse ich mal noch kurz drauf. So schwirrten. Der verdient 925 Euro, den hatten wir auch noch gerade bei den ZMs. Was würde der denn haben wollen als Rotationsspieler? Ich hoffe mir immer so ein bisschen, dass die da nicht so viel Geld haben wollen. 1-1, das wäre vielleicht in Ordnung. Machen wir 925 Euro, also quasi das, was du gerade verdienst. Hier gehen wir runter und locken sofort. wieder Teilzeit, what the fuck? Machen wir mal, Alter, Junge, ist das Wind nicht draußen? Ich höre den Wind halt gegen die Hausmauer peitschen, so wie ich sonst um meine Jungs anpeitsche, wenn sie mal wieder schlecht gespielt haben. Macht man nicht übrigens, Disclaimer. So kriegt man keine besseren Leistungen. Vielleicht. Haben noch nicht ausprobiert. Was sagst dazu? Dann ärgert man sich immer, weil man denkt, man hätte vielleicht besser verhandeln können. Aber gut, ja. Dann noch Doro, das war der Stürmer, aber wir haben ja Castell und Kevin Karlard. Also Innenverteidiger gibt es zwei, die werde ich mal miteinander vergleichen. Dann würde ich die erst mal fix machen, die wir jetzt gemacht haben und schauen, ob das passt. Was sind das? Ausdauerprobleme? Uff, same. Fünf Ausdauer, aber ist ja auch Innenverteidiger. Weil Ausdauer bei mir mittlerweile gar nicht mehr so schlimm ist. Hui, das ist aber... Hab ich einen falschen Spieler? Ne, doch. Karlard gegen Profeta. Karlard, 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 ja. Okay, Profeta ist wohl besser. Na, war dann eine Bedeckung aber nicht. physisch deutlich. Beide 32, 33. Ich meine wenigstens als dritten Verteidiger. Aber ganz ehrlich, so wirklich überzeugt bin ich von beiden nicht. Ich würde Profeta nehmen, wenn er unter 700 Euro verdienen möchte. 1,8 Alles klar, Rudi. Tschüss. Ich würde Karlard nehmen, wenn er unter 500 Euro verdienen möchte. Vorrat ich jetzt aber auch nicht wirklich glaube. Okay, na, wobei, was habe ich gesagt? 500, ne? Ich bin mal so frech. Wird aber sofort ablehnen. Okay, ja, das wird eine große Herausforderung werden. Also, wir müssen uns die Spieler wendern, wohl, vertragslos holen im Sommer. Schlösser hat seine Angebote übrigens abgelehnt. Ich werde die hier nochmal anbieten zum Verkauf. Jedes bisschen Geld hilft ein bisschen. Ne, nichts bekommen. Und Öswein möchte nicht zu Tusk Koblenz, weil er doof ist. Ärgerlich. Ich hoffe, wir können die Spieler gleich fix machen, also Schwirt und Castell. Das wäre sehr, 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 sehr hilfreich, wenn das gehen würde und nicht irgendwo gesagt wird. Du brauchst übrigens so und noch an Budget. Kozliuk wechselt zum FC Hennef und gucke jetzt auch. Hennef bietet auch noch ... Aber gut, nehme ich an. Jedes bisschen hilft halt. Hennef also wieder ein Angebot gemacht für Öswein, wir sollen aber ein bisschen Geld zahlen. Nicht so schön. Bayerich ist ein bisschen krank, gehst zum Arzt, passt. Ach, Mann, 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 du, ey, finanziell ist das nicht schön. Verstehe ich aber auch ehrlich gesagt nicht, wenn man sich hier das Jahr anschaut. Ich habe noch ein bisschen übrig. Aber ja, ich kann es auch verstehen, weil minus eine Million in der Regionalliga kriegst du halt kein Geld. Deswegen wäre es halt auch echt doof, ich bin mir nicht so wirklich sicher, was ich mir erhoffen möchte im März, wenn du jetzt halt einen richtig geilen Intake hast, die Spieler sind halt alle sofort weg. Weil du kriegst noch nicht so viel Geld für die , weil der Vorstand alles annehmen wird. Allerdings möchte ich natürlich auch starke Spieler haben, damit ich stark spielen kann. Ganz ganz schwer. Eigentlich es wäre halt schade, weil du wirst diese schönen guten Spieler dann halt sofort wieder los. Leider. So, Josh Schwirten würde zu uns kommen als ZM. Box to Box wäre er bei mir. Oder doch eher offensiv. Offensiv ist eigentlich auch okay. Vergleichbar mit Kajala. oder kriegen wir da was besseres im Sommer? Ohne Ball 5. Ui. Ich bin ehrlich gesagt nicht so wirklich überzeugt. ehrlich gesagt bin ich wirklich nicht überzeugt. Ich glaube da kriegen wir einen besseren Vertrag zustande mit einem besseren Spieler im Sommer. Ganz ehrlich. Wenn dann auch die Reputation vielleicht etwas besser ist. Ich glaube das kriegen wir echt besser hin. Okay dann warten wir noch mit Castell und dann mache ich wieder einen kleinen Cut. Aber ich glaube dann ist die Folge auch ja wir können die Folge dann auch schon werden dann machen wir in der nächsten Folge wieder weiter. Ich nehme dieses Schalke Testspiel in dieser Folge noch mit rein damit wir dann in der nächsten Folge wieder direkt mit der Liga starten. Aachen mache ich Offscreen und das Spiel gegen die Sportfreunde Baumberg mache ich auch Offscreen weil die echt sehr irrelevant sind für uns. Das ist wirklich nur Fitness und Schalke kann man ja gucken wie wir uns dagegen Erstligisten anstellen die uns hoffentlich jetzt gleich Niklas Castell geben noch hat kein anderer ein Angebot gemacht Rostock ist noch interessiert Friedrich Baum wechselt zum Wuppertaler SV und damit zu einem direkten Konkurrenten ist das klug ja komm der wird doch eh nicht spielen und selbst wenn ist er trash hoffe ich noch nichts Neues bei Castell gibt natürlich noch leider die Chance dass er das ablehnt was sehr doof wäre ich muss kurz schauen dass ich die Turkmen nicht aus versehen anwähle zum Verkauf weil ansonsten habe ich das Kontext Menü halt nicht dass ich die verkaufen möchte Mensch Leute Imbongo weg wäre halt perfekt das hat sich natürlich ein bisschen gereimt und Marco Müller wäre natürlich auch richtig geil wenn der gehen würde mit den 1-6 die er verdient Öswein geht zum FC wir zahlen halt ein bisschen Gehalt noch mit aber ist in Ordnung Ellermann hat sich für vier Wochen verletzt Ah ihr habt gesehen Castell verlängert bei Schalke 2 ja so ist es halt so ist es halt machst du hier die ganze Arbeit und dann ja dann nichts dann war das alles umsonst ach ist das ärgerlich ey ganz umsonst wollen wir hier vielleicht noch irgendjemanden mal zum Trial einladen hat im Benafa genial was hätten wir denn da so bräuchten wir jetzt irgendwie was gerade jetzt Innenverteidiger wäre vielleicht nicht so uninteressant ne und ein ZM wäre vielleicht auch nicht so interessant also Metzala vor allem Startup G nix nix ging Startup G aber vielleicht geht da ja was Yilas Zhao würde ich vielleicht mal nehmen zum gucken was er so kann ich mache das mal hier weg ich glaube nach Position ist immer ein kleines bisschen besser Reputation wäre ganz interessant Reputation 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 ne Zahl ist falsch ist immer ein bisschen schwierig mit dem Ingame Editor wenn man den hat ne ist auch falsch ich suche das wo es Namen gibt ne auch falsch ihr habt's gleich wie heißt es auf deutsch irgendwie anders oder ist es auf deutsch einfach was habe ich hier Reputation Heimat Welt gut ich mache es einfach ich kenne die zahlen halt ja ist ja ist jetzt wurscht oder 2000 müsste okay sein ja machen 1 5 ich meine ob ich jetzt einfach nur gut und weltweit und sowas eingebe oder eben eine Zahl ist ja im Prinzip auch wurscht verstehe ich jetzt nicht warum ich eine Zahl habe okay und dann noch ein Innenverteidiger die holen wir uns mal zum Trial wenn sie Bock haben und vielleicht ist ja ein guter Spieler dabei den man sich dann leisten kann dann haben wir schon mal für nächstes ja ist in Ordnung Hauptsache das Geld ist dann erstmal weg von unserer Payroll das wäre auch in Ordnung wo ist FSV Frankfurt mittlerweile Regionalliga Südwest gut dann kommen die mal zu uns hier die paar Trialspieler bis auf wer heißt der Riegeling der hat keinen Bock auf uns auch Lampti nicht jo jo aqua hat auch kein Bock Bayeric wieder im Training dann schaue ich mir die mal an über die nächsten in game tage wochen ob da was so interessantes dabei ist mach die mal kurz hier jo jo guck mal hier so nils borchardt vielleicht quatsch den ach du scheiße äh radoyicic wäre vielleicht ganz interessant weiß natürlich noch nichts da müssen wir erst mal warten vielleicht ist da ja was interessants ne straudi war der der richtig krasse reputation hat der die höchste hatte gucken wir einfach mal ne kardesjama hat schlecht trainiert nicht schön so ich mach jetzt so ich mach jetzt einen kleinen cut dann gehe ich frühstücken dann mache ich das spiel gegen schalke mit euch und in der nächsten folge starten wir gegen wattenscheid fortuna köln wieder in die rückrunde und alles ist geil also bis gleich so da sind wir wieder mit dem spiel gegen schalke ich bin mir jetzt gar nicht so wirklich sicher ob das eine gute idee ist denn wir wird schon irgendwie passen oder gibt ein kleines bisschen was neues auch wenn es so ein paar tage waren und zwar habe ich mir jetzt gedacht okay ganz ehrlich wir müssen ja nicht unbedingt direkt gehen die spieler du kannst sie auch verleihen und ich habe nachdem wir das im bongo angebot angenommen haben und zwar jetzt dann mal ein paar weitere spieler angeboten zur leihung und da haben wir angebote bekommen unter anderem auch für marco müller was sehr nice wäre wenn der gehen würde wegen seinem sehr üppigen gehalt schauen wir mal ob da was durchgeht und dass wir dann hier vielleicht noch ein bisschen mehr kriegen um ein paar mehr ablösefreie spieler zu holen das wäre wünschenswert nachdem wir bisher nur leider ein to-hit hat was 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 lese ich hier gerade mit meinen äugleinen yo what alles klar yo interessanter move hätte ich so nicht erwartet aber interessanter move sehr interessant bank so kann auch nicht da muss jonen wieder am tor stehen ich hatte gerade dieses tespiel auch mit meiner b11 größtenteils bestritten also ist jetzt nicht so krass tragisch ihr seht ja auch bei niemanden die fitness gut die spieler die zur laie da sind lasse ich mal vom co-trainer auswählen wer damit auf die bank kommen da gucken wir gleich doch mal drauf ansonsten holen wir uns mal eine fette klatsche ab wo steht ein schalke eigentlich in der gut was ist das in der aufstellung ich kenne halt ganz schön viele davon habe schalke kaum gesehen dieses jahr in echt ich glaube aber auch ehrlich gesagt hat man da nichts verpasst ja viel Spaß Jungs ich bin jetzt auch absichtlich in meinem System so geblieben übrigens wenn sie eine andere Kamera Einstellung haben nur damit ihr euch nicht wundert einfach um zu schauen wie das so funktioniert mit dem 4-3-3 gegen einen wirklich deutlich stärkeren Gegner ich meine es sind halt drei liegen über uns selbst wenn Schalke die schlechteste Erstligermannschaft aller Zeiten ist dürfen die immer noch deutlich besser sein als wir wer ist KK top oi gut damit ist das Testspiel wäre komplett nichtig Dankeschön Cedric Brunner gönnt sich die glattrote Karte ne doch wo ist er hin warum tust du das Cedric damit ist das Testspiel halt schon komplett für den Arsch weil ich es nicht richtig testen kann Molle rein erstmal geklärt ihr könnt mir in die Kommentare schreiben ob ihr die Kameraperspektive irgendwie wow ob ihr die Kameraperspektive irgendwie ein bisschen nice findet oder nicht ich bin mir noch nicht ganz so sicher ich möchte mal ein paar Spiele damit machen nur wird das dann wahrscheinlich auch in einem anderen Safe ein bisschen machen hat sich ergeben naja Yonen naja also ich bin gerade ein bisschen glücklich dass du nächstes Jahr schon als nur zweiter Keeper eingeplant ist ich hatte die Kameraperspektive so übrigens bei warum ich kenne ich mal komm push mal ein bisschen schöner Ball rein Anzuana und wir machen sofort den Ausgleich ich hatte die Kameraperspektive hier mit TV und der Kamera und dem Song übrigens bei Work the Space gesehen fand die ganz neins kann auch sein dass die nächste Folge wieder weg ist und wieder auf Regisseur gehen aber wäre vielleicht ganz nice wenn ihr solltet ihr eine Meinung dazu haben das in die Kommentare schreiben könntet ob ihr die Kameraperspektive richtig nice findet so wie dieser Ball gerade nice ja ernst und wenn es euch egal ist dann ist auch okay das war ein schöner Ball und dann lupft Ramai den also wenn der Erstligist in Unterzahl spielt können wir mithalten schön aufgepasst von Schirrmann ich muss mit dem verlängern ich muss so um Ramai ich weine gleich ich weine gleich Mano das zweite Mal Latte das zweite Mal Latte von Elzamed Ramai Akral mittlerweile drin Schlösser weit nach vorne Ramai kriegt dieses Mal nicht Kaminski gegen Start of G Start of G ist der Sieger dafür war der Ball dann leider nicht gut ja nö Chalabnode vielleicht ne Ansona macht damit Schlösser die Seite gut dicht Salazar hat wieder viel Platz ach den könnte er mich so frei laufen lassen wirklich nicht Kopfballduell Uselak noch wieder das ist genau der Grund warum ich mit dem nicht verlängern möchte irgendwie immer wenn der einen hohen Ball bekommt macht er genau die falsche Entscheidung Salazar mit dem Ball und dann das ist leider sogar wirklich das 3 zu 1 ach Jungs mit der Brust yo chillt mal ein bisschen hätte man diese zwei Latten Treffer halt verwandelt würde es einfach ein 3 3 hier gehen gegen den Erstligisten schöner Ball Ramay macht ihn jetzt endlich mal ohne Latte dieses kleine Stutzen in meiner Stimme war übrigens so weil ich dachte der geht jetzt an Pfosten schöne Ball von Startup G so So soll ich die Stimme vielleicht doch als Szener als Mitzala einplanen der spielt die Position schon überragend oder Schaffte 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 auch nächstes Jahr ist die Frage er spielt das so gut einfach Polter und Ursula klärt ich weiß es nicht ich bin eher schon fast dabei dass ich sage okay Startup G ich plane dich als Stamm Zehner ein einfach nur weil du so stark auf dieser Position spielst seitdem du das übernimmst 4 und 2 in 10 ich meine hat hier so oder so nächstes Jahr Vertrag ich werde mir das noch ein bisschen überlegen aber die 10 Position werden wir zunächst nicht holen mit ablösefreien Spielern 2 zu 3 verloren gegen Schalke in Unterzahl was machen wir daraus schwer einzuschätzen weil Cedric Brunner eben so früh die rote Karte bekommen hat Luis Mankarz geht auf Leihbasis zum TUS Ende Petal und Magne geht zum SC Felbert gibt uns schon wieder ein bisschen Geld Manchester United macht Angebot für Vorland jo klar 41,5 Millionen für einen 30 jährigen Vorland warum denn auch nicht ne aber spielt eine starke Saison aber jo Patrick Schick wechselt zu 63 bis 91 Millionen wer braucht einen Stürmer Liverpool hat 30 Millionen für Riccardo Horta ausgegeben ich würde schon fast auch Liverpool sagen irgendwie das ist so ein Liverpool Transfer ja das ist Bayern naja gut ja klar im FM sieht man für Bayern halt dass man einen Stürmer braucht und Patrick Schick ist halt da der kennt die Liga was hat man sich denn noch geholt Robin Knoche jo also ok ok hat man was abgegeben nur ein Laie Ulreich ist gerade Keeper what Manu wahrscheinlich wegen Testspiel oder sowas Lukas Höller ist der Top Torjäger der Bundesliga ist gerade der Top Torjäger in der Bundesliga ja ne bestimmt so Eris geht auch zum FC Viktoria 08 Arnott Zweiler und Nakamura geht zum FV Engers haben wir noch ein paar jo und den Rest werde ich dann wahrscheinlich einplanen Marco Müller geht zum SV Mappen sehr schön und Groß geht zum VfB Homberg den Rest dann werde ich wahrscheinlich nicht wieder anbieten damit ich noch irgendwo ein kleines bisschen Reserve habe weil ich jetzt nicht davon ausgehe dass ich allzu viele hole von den Spielern die wir gerade auf Probe haben wählen sie ihren Kapitän ach weil Marco Müller weg ist äh hm ja Schwermann ganz klar möchtest du zufällig jetzt auch verlängern die Aussicht bei ihrem Verein zu spielen überzeugt meinen Klient nicht er sieht folgendes als Verhandlungsgrundlage an aber sie müssen da schon noch was draufpacken um ihn zu überzeugen Vertragsgespräche aufzunehmen okay also er braucht auf jeden Fall ein Versprechen Liga Ziel nächstes Jahr auch für diese Saison Aufstieg und Langzeitziel achso kann ich auch 23 24 mach ich das erstmal weg äh ja gut jetzt kann ich nicht sagen dass ich ihn zum Kapitän mache weil er gerade eben zum Kapitän ach man das ist jetzt doof das war jetzt doof ja gut hätte ich ihn nicht machen können Gehalt wird deutlich erhöht will ich nicht machen Trainerstab wird verbessert jo was ist deine bevorzugte Position nein du wirst Elfmeterschütze und du bist ja Starspieler was sagst du dazu ne gefällt ihm nicht er hat auch irgendwas gerade weggenommen und der berater sagt schon wieder Markus dran übrigens uns trennen noch meilen meilen von einer einigung kann ich dich nicht einfach mit Geld zuscheißen er hat kein Interesse daran die Elfmeter zu schießen na okay ich klatsche einfach alles rein jolo sprungbrett heißt natürlich aufstiegsklausel aber ist in ordnung ja trainings in richtung ja live vereinen ist natürlich unsinn liga ziele sage ich dann doch schon aufstieg und wir versuchen verteidiger zu verstärken und ja spiele auf bevorzugter rolle möchte ich eigentlich nicht weil ich möchte meine taktik nicht wegen ihm umstellen auch wenn er vielleicht gut ist auf der position oh okay wenn ich alles reinklatsche dann ist es okay und pass mal auf jetzt 6000 euro die woche oder so ich werde komplett vom hocker fliegen jetzt ne man Jule please wir wissen beide dass du halt richtig geil bist aber muss das sein er ist halt definitiv unser bester spieler jetzt halt schon und er wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr unser bester spieler sein deswegen muss ich leider ich muss ich muss ich muss so 12 25 und 30 tore tor beteiligung machen war auf jeden Fall schon mal rein was könnte dir noch gefallen ausländische feine ausstiegsklausel top verdiener klausel vielleicht das ist aber eine letzte hoffnung dann okay titel in der regionalliga wenn es nicht dieses jahr ist kriegst du nächstes jahr 10.000 wenn wir es schaffen 700 700 euro auflauf prämie ersatz spieler prämie 350 euro länderspiele wirst du nicht machen 1 7 ohne gegentor 600 tor 600 vorlage 600 gehaltsirgend bei aufstieg 20 prozent bei 20 toren oder vorlagen und vorlagen gibt es 15.000 und dann nochmal gestaffelt danach auch ausländische vereine zahlen für dich 175 1000 ne 190 1000 was sagst du dazu ich hätte besser verhandeln können ich weine ich habe übrigens schon wieder nicht gemacht ab Juli erst weil ich ein Vollidiot bin aber das ist halt einfach so immerhin ist es ein Vollzeit Vertrag hoffentlich habe ich jetzt keinen Fehler gemacht ey aber der Typ ist halt so gut er hat halt wirklich alles er hat sogar die mentalen Werte Damaschek geht auch auf Leihbasis nach Mannheim ich weiß ehrlich gesagt nicht wie die scouten können können wenn wir kein scouting Geld gerade haben aber ist halt so Bielefeld geh mal weg halt da der DSC Aminia Bielefeld bietet Schwermann Kontrakt also ein Vertrag nach Vertragsende an das werden wir noch klären müssen in dieser Folge ne Andreo geht zum SC Westfalia Herne auch auf Leihbasis ich hab einen haben wir dann noch der auf Leihbasis gehen muss ja der Kelimis der hat sogar vier Angebote ja es ist halt Bielefeld es ist halt zweite Liga das ist halt schon ein bisschen gut das ist halt schon sehr gut sogar ja er ist weg ne schade kein Julian Schwermann nächstes Jahr mal bei uns Bielefeld hat ihn sich geschnappt und wir werden uns dann einen neuen Starspieler suchen müssen Ursula hat sich leicht verletzt Kelimis geht das ist ärgerlich aber war leider zu erwarten wir haben mittlerweile demnächst ein bisschen Geld durch die ganzen Laien haben wir noch einen Ersatz Keeper hier noch einen Ersatz ZM DM noch einen Ersatz Keeper den können wir eigentlich weghauen also ein Keeper kann ruhig noch gehen ob so ein Strauch oder der andere ist ich hab gerade den Namen verdeckt Zeit ist eigentlich egal ZM noch ist ok yo passt Sayongo passt auch wobei 1 ZM geht eigentlich noch wir haben noch ZM schade 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 ich hätte mir echt gewünscht dass das vielleicht was wird aber da kam Bielefeld leider zur falschen Zeit ach ist das ärgerlich was haben wir hier so das gucken wir uns noch kurz an und dann machen wir Schluss für heute wenn ich mir jetzt einen Spieler für viel Geld hole dann muss er schöne 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 mentale Werte haben das haben die hier nicht deswegen gehen die schon mal weg so Yunsa Young kann sehr viel spielen ist aber auch nicht der beste Spieler hat zwei Ball Hörner ist okay Dallas Amin Sadeh Innenverteidiger der absolut gar nichts kann 5 Kopfball Technik Burdi was was ist der Lebensinhalt hoffentlich nicht ein guter Innenverteidiger sein das wird nämlich nichts mehr Jakob Thoben ein ZM ein ZM müssen wir eigentlich nur holen wenn er jetzt überragend super ist Aschenbräuch Alter Aschenbecher oder was wäre so ansatzweise okay aber geil ist halt auch anders aus dem ist er ganz schön klein mit 1,76 für einen Innenverteidiger Antonin Rosa überzeugt mich halt auch nicht Barbaros Jokum Nervenstärke 5 aber ist schon mit der beste Verteidiger den wir jetzt gerade gesehen haben nochmal ein Achter mit Jail Hatou aber die sind halt nicht umsonst schon seit über einem halben Jahr vertragslos also da sehe ich nicht so viel Handlungsbedarf ne ne überhaupt nicht ich glaube wir werden einfach mit dem Kader so weitermachen den wir aktuell haben ja ich glaube schon ein kleines Problemchen hätten wir jetzt vielleicht wenn wir jetzt zu viele Ausfälle haben auf den Außenpositionen was wir dann da machen aber eigentlich haben wir da auch genug ich glaube schon ich glaube ein Kader jetzt hier mit 24 Spielern ist in Ordnung plus halt hier ein paar Ersatzspieler in der U19 Torhüter und ZMs Stürmer sind halt ein bisschen wenig da aber das kriegen wir alles hin ich glaube das ist in Ordnung wir haben jetzt auch nicht so viele Spiele na gut leider war dann heute nicht so viel Erfolg dabei dafür wollen wir uns dann in der nächsten Folge mit den ersten drei Spielen der Rückgrunde das ist eine Idee das machen wir so nächste Folge gibt es dann am Montag dann habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann am Montag wieder Tschö